Hallo zusammen, hier ist wieder euer Rickman. Ich bin zurück mit einem neuen Video und wir haben heute etwas ganz ganz Neues am Start. Es ist Photogenic, die Debüt-Edition also zum ersten Mal dieses Jahr rausgekommen. Was Panini gerne macht bei Debüt-Editions ist, dass es die nur Online-Exclusive gibt. Also bei paniniamerika.net im Store gab es die Online-Exclusive. Im Dutch-Auction-Prinzip ist, glaube ich, bei 500 Dollar gestartet und tatsächlich bis zum Floor runtergegangen. Also bei 100 Dollar konnte man noch zuschlagen kurzzeitig. Ich habe ein bisschen vorher zugeschlagen, ich glaube bei 180 Dollar ungefähr, weil ich FOMO hatte, Fear of Missing Out und ich wollte bei 100 noch mal ein Case kaufen für uns, für den Group Break und so. Hat aber leider nicht geklappt. Also wir haben Photogenic. Insgesamt fünf Karten pro Packs, zehn Päckchen pro Box, also 50 Karten. Und es geht um die Fotografie. Erinnert ein bisschen an Top Stadium Club Chrome oder Top Stadium Club und werdet ihr dann sehen, sehr, sehr schöne Fotos. Dadurch, dass es Online-Exclusive war, ist halt nicht die Hölle da rausgeprintet aus dem Produkt. Werdet ihr auf der Rückseite dann auch sehen. Ein Autogramm ist drin pro Box und dann schauen wir mal hier auf der Seite. Wir suchen das ultra rare Shoe Game Insert. Also das ist der Case-Hit hier und was steht hier noch mal drauf. Einfach noch mal Photogenic und ultra rare Dual Autographs. Die anderen Autographs sind alle Rookie Autographs, also keine komischen Veterans, die wir hier nicht ziehen wollen. Dann schauen wir uns noch mal die Rückseite an. Also es sind 140 KZ nur mit 100 Base-Karten und 40 Rookies, aber selbst die Base-Karten sehen halt super nice aus. Apparels gibt es nicht viele. Es gibt Silver, die sehen dann eher gräulich aus, glaube ich. und die Anniversaries auf 75, Golds auf 10 und Platinum One of Ones. Also nicht allzu viel und die Chancen steigen natürlich da, was niedrig Nummeriertes zu hitten. In der Regel eine Numbered Parallel pro Box, so was ich soweit gesehen habe in anderen Videos. Und dann legen wir mal los. Ist ein bisschen dickerer Cardstock, also vergleichbar mit Recon. Die Box ist dementsprechend auch etwas schwerer. Ich zeige euch noch mal die Rückseite ohne Folie, falls jemand das auf Pause drücken möchte. Ein paar verschiedene Insults sind auch drin, aber die gucken wir uns dann an, falls wir das drin haben. Und dann geht es auch schon los. Hier sind die Packs. Und dann würde ich sagen, viel Spaß und wir schauen uns Photogenic an. Und dann geht es auch schon los mit der schönen Fotografie. Also nicht viel drauf auf der Karte. Und allein dieser Border hier, das erinnert schon sehr an Top Stadium Club. Und hier ist das, ich nenne es mal das Logo von Photogenic. Also das Kamera, wie auch immer man das nennt. Wir haben wir mal Cole Anthony. Dann geht es auch schon weiter. Viele Karten auch im Querformat. Richtig, richtig cool. Lonzo Ball hier. Sehr schön mit dem Layup. Und Bam Adebayo. Dahinter wieder eine Querformatkarte. Und es sind einfach super, super schöne Fotos. Alan Iverson ist am Start. Also auch coole Wetts drin, auch mit älteren Fotos tatsächlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir... Ne, das ist nicht unser Autograph, aber es ist auf jeden Fall die erste Rookie-Karte. Drei Rookies sollen drin sein pro Box. Und Rookie Nummer 1 ist Joshua Primo. Also dickerer Cardstock, habe ich gesagt, sieht man jetzt hier auch ein bisschen. Einmal Joshua Primo. Und dann Spurs. Sehr schön sehen die aus. Die sehen einfach richtig, richtig schön aus. Und die halten auf jeden Fall alle den Ball neben dem Kopf. Auch bei den Rookie-Autograph-Karten. Ganz witzig. Und machen wir weiter mit Pack Nummer 2. Und Norman Powell. Weiter geht's mit Kevin Durant. Einmal im Querformat. Auch sehr cool. Und dahinter ist Tyrese Halliburton. Ach, Wahnsinn. Wahnsinn. Super Fotos. Super, super Fotos. Dafür, dass Panini sonst halt immer zum Größten halt richtig crappy Fotos für die meisten Spieler nimmt. Ist das schon echt schön. Wir haben einmal Vince Carter. Auch cool mit den Leuten im Hintergrund, dass man das so gut erkennen kann. Vince Carter. Und dann haben wir hier die die Nicks haben wir. Und das ist wieder ein Rookie. Und das ist Miles McBride. Und der sieht auf jeden Fall ein bisschen gepumpt aus als auf den Fotos davor. Schön ist, dass da auch bei den Rookies neue Fotos sind und nicht immer die gleichen, die irgendwie ein Jahr alt sind gefühlt bei allen anderen Sets. Also das ist auf jeden Fall schön. Miles McBride ist am Stissel. Und Pack Nummer 3. Ein bisschen schwer zu öffnen, die Packs tatsächlich, muss ich sagen. Devin Booker auf dem Weg zum Dunk. Und Calvin Johnson. Ja, Fotografie ist einfach top. Ich sag's jetzt zum dritten Mal, aber ich sag's vielleicht noch ein paar Mal mehr. Der Ant-Man mit dem Poster hier. Wahnsinn. Sehr schön. Weiter geht's mit James Harden. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Und tja, I don't know. Es ist die Marty Rosen. Die Sonne habe ich von Dirk auch schon gesehen. Im Pac-Man Video, glaube ich. Also die Marty Rosen. Ist auch immer cool. Steht auch hinten ein bisschen was drauf tatsächlich. Es gibt ja viele Sets, wo nicht so viel draufsteht hinten mehr mittlerweile oder gar nichts. Und Statsen auch noch drauf. Dann machen wir weiter. Tag Nummer 4. Und Sean Camp. LeBron James. Auch sehr, sehr cool hier mit dem... Ach, wie heißt's? Ich wollte Staub sagen, aber ich komm nicht drauf. Benutzen die Leichtathleten ja auch immer. Ich wollte jetzt Kalk sagen, aber Kalk ist es nicht. Und... Und... Dann nehmen wir die mal. Die Rosen war es. Und... Sonst glaube ich keine bisher. Also, die Rosen ist ein Silver Parallel. Und Anthony Davis ebenfalls. Und weiter geht's mit Jokic. Und Steve Nash. Also Best of Present and Past. Und Marken Brockton. Dwayne Wade. Und ich denke, wir haben unseren dritten Rookie. Und es ist Josh Giddy. Sehr schön. Einmal Josh Giddy. Und die sehen auch richtig cool aus hier mit diesem... Tja, Gold im Hintergrund, würde ich mal behaupten. Mit dem 75th Anniversary Ball. Richtig, richtig cool. Das 75th Parallel ist Cracked Ice. Und so eine Karte hier, Cracked Ice mit dem Ball, wäre natürlich ultra nice. Einmal Josh Giddy. Am liebsten natürlich von Franz Wagner. Und nächstes Pack. Und wir haben hier einmal Gary Payton. Sehr cool. Ice Trey. Die habe ich auch schon gesehen. Sehr, sehr coole Karte mit den Goggles. Und dahinter ist die Aaron Fox. Ich glaube, das gleiche Pack hatte der Packman auch. Da sind die Karten dann auf jeden Fall zusammen. Genau. Hier kommt Simons und Kate Cunningham. Das ist gut. Gucken wir mal, was es ist. Es ist ebenfalls ein Photogenic Rookie, Kate Cunningham. Die gibt es auch als Parallel. Richtig, richtig schick. Die gefällt mir auch gut. Einfach nicht so viel los auf den Karten. Sehr, sehr schönes, klares Design. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und da ist Kate Cunningham. Vier Packs noch. Und schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wie euch Photogenic gefällt. Mal gucken, ob ich da nochmal ein, zwei Boxen auch für Breaks bekomme. Mit dem eigenen Case hat es ja nicht geklappt. Janis und Kevin Porter Jr. John Stockton. Kai Kuzma. Auch sehr, sehr cooles Foto. Und dann ist einmal Unforgettable angesagt. Und Unforgettable ist Steph Curry. Das sieht auch noch an einem Silver aus. Könnte dann unser drittes Silver gewesen sein. Auch sehr schön. Unforgettable Moments. Da steht dann immer was drauf. Also auch woher das Foto kommt tatsächlich. Also das ist schon ziemlich cool. Sehr, sehr schön. Da ist ja der gute Dirk. Gerade noch von gesprochen von der Karte. Auch sehr cool. Einmal Dirk. Mal gucken, was da hinten drauf steht. Und zwar... Okay. Könnt ihr euch selbst mal durchlesen. Und Clyde Draxler. Jason Williams, White Chocolate. Und SGA. Auch ein cooles Foto. Und dann sieht es nach Cracked-Eyes aus. Nach Cracked-Eyes-Querformat. Und dann gucken wir mal, wer hier auf dem Cracked-Eyes ist. Und es ist Steph Curry. Mit dem 75th Anniversary Parallel. Oh boy. Sehr, 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 sehr schöne Karte. Alter Schwede. Mega, mega schick. So sieht es aus. Steph Curry. Mit der 57 von 75. Packen wir mal einen Sleeve. Und passen natürlich in Regular Sleeves. Muss man ein bisschen aufpassen. Und 55er PT-Top-Loader. Sind angesagt. Sehr, sehr cool. Also hier das Parallel für die Box. Einmal auf 75. Steph Curry. Curry in a hurry. Zwei Packs noch. Ich habe ein bisschen Angst, um das Autogramm geshortet geworden zu sein. Aber wir warten mal ab, was passiert. Und Kevin Garnett. Karl Malone, der Mailman. Colin Saxton. Da ist noch mal die Rosen. Dieses Mal in der normalen Base-Variante. Nicht als Silver. Und Celtics. Einmal die Celtics. Es ist Jason Tatum. Und ich denke tatsächlich, dass die dann nicht nur im Silver sind, sondern die sehen halt einfach so aus. Ist halt ein normales Insert, würde ich sagen. Einmal Jason Tatum beim Aufwärmen. Last Pack. Come on, Panini. Gib mir ein Autogramm. Sonst bin ich leider bitterböse. Und ich bin quite unsure. Auch hier ein cooles Foto von Dennis Rodman. Richtig, richtig cool. Dennis Rodman. Julius Randle. Lamello Ball. Sehr nice. Das war auf jeden Fall ein Dreier. Und dann gibt es Sadik Bey. Und dann schauen wir mal. Und ich denke, ich habe Bones Highland. Nice. Nehme ich natürlich gerne mit. Einmal Bones Highland mit dem Rookie Autograph. War gerade verwirrt, weil der Name hier so stand, weil die sind eigentlich immer im Querformat, die Rookie Karten. Also Bones Highland mit dem Rookie Autograph nehme ich sehr, sehr gerne mit. Sehr, sehr cool. Hat ja schon ein bisschen mal immer was aufblitzen lassen über die Saison. Und dann packen wir die auch noch in den Toploader. Und dann gibt es noch einen kurzen Recap. Also nicht im Autograph geschortet. Das ist auf jeden Fall schön. Den Bassstab packen wir mal beiseite. Wir haben Jason Tatum. Und das ist ja auch gar nicht das Gleiche. Das ist Jason Tatum. Einfach, ich kann nicht sagen, wie die Karte genau heißt. Pre-Game nennt sich die. Perfekt. Noch gesagt im Aufwärm-Jersey. Pre-Game ist Jason Tatum. Unforgettable ist Steph Curry, Kate Cunningham. Und vielleicht steht auch hier drauf, wie die heißen. Rookie Focus ist das Ganze. Sehr schön. Genau, Focus nennt sich das hier, dieses Ding. Josh Gidde. Und das ist 75th Anniversary. Nicht das Parallel, aber der Ball ist mit drauf. Dann haben wir Silver, die Marty Rosen, Anthony Davis und weitere Base-Rookies. Miles McBride und Joshua Primo. Dann kommen wir zu unseren Highlights. Einmal Bones Highland mit dem Rookie Autograph. Und Steph Curry mit dem 75th Anniversary Cracked Ice Parallel auf 75. Sehr, sehr, sehr schön. Lasst gerne Likes da, Leute, wenn es euch gefallen hat. Gerne Abo dalassen für den Kanal. Glocke aktivieren, damit ihr kein Video verpasst. Schaut mal auf rigmanrips.de vorbei für alle Social-Media-Verlinkungen. Gerne auch mal auf rigmanbricks.de. Schaut vor allem mal bei eBay im eBay-Shop vorbei. Ich habe eine Menge Karten eingestellt zum Verkauf. Und das wird immer so weitergehen jetzt. Und ich versuche das mal ein bisschen zu pushen bei eBay. Und ansonsten war es das von mir. Photogenic gefällt mir sehr gut. Guck mal, vielleicht kriegt ihr eine Box so um den 200er, 250-Euro-Kurs, Dollar-Kurs. Ist natürlich ein bisschen mehr als der Flow bei Panini, aber so ist es halt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Rigman. Rips. Kommst du drauf her. its